Applaus 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 Wir müssen Ihren Malen zum Kielf war den Journalen 2016 und zu einem 4-2-1-Jerfolg über Gladys Sanzinov. Applaus 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 So meine Damen und Herren, Sie haben es ja gestern gleich schon gehört, wie tolle Interviews der Wladimir gibt. Und darum nutzen wir die Chance, mit ihm noch einmal kurz über dieses Spiel zu sprechen. Wladimir, an der Unterstützung des Berliner Publikums hat es auf jeden Fall nicht gelegen, man hätte krass denken können, ein Deutscher hätte hier in der Box geschrieben, oder? Ja, es war fantastisch hier zu spielen und vielen, vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020